hallo liebe freunde willkommen zurück hier im spieleparadies mit mir se maxi ich muss mal eben schauen ich hatte gerade bei der hat gerade hey gesagt und das klang als wäre das ok klang deutsch ist englisch ok runter mit uns ins hacker space wir haben hier eine aufgabe zu starten und dann bin ich gespannt wie es jetzt hier weitergeht wir haben ja jetzt einen coolen neuen duty am start hey yo t-bone i'm ready man i'm pump no seriously activist mode activate hey man how do we get blue hold on to your joystick son you kids are gonna need to work your way up to blue even with me help bray are you briefing him without me we were supposed to do that together oh no i just didn't want to trouble you what trouble no trouble come on marcus let's brief okay so let's look at the big shot data harvester our friends at noodle now every time you search for discount refrigerator or bulldozer porn they learn more and more about you data profiling one-on-one right but what you didn't know was that bloom's already got their grubby paws all over that data oh shit oh this is good sitar noodles data is just what bloom needs to strengthen the bellwether dig their puppet strings in deeper you know if we could get a hold of this ammunition we could take down a whole lot of different targets i could help with that you can't hack noodle unless you get into the server farm you can't get into the server farm without clearance hell you can't even get on the grounds unless you're an employee there who the hell you think rob zombie over here gets his intel from tell me you got clearance oh man i'm trying to stay low-key right now one of my leads is breathing down my neck i bet you marcus can pose as an employee oh he could do more than pose as an employee sitar tell him what you told me horatio noodle buses i snagged an exploit for credentials i could get you to the buses all you got to do is drive it and they'll think you're one of the bus drivers yes let's roll son all right let's do this na das klingt doch nach nem plan verkleiden wir uns als busfahrer das heißt erstmal in den klamotten laden aber da ist halt theoretisch gleich hier draußen ne ich dachte da wird gleich einer in der nähe gewesen das ist natürlich super zack raus mit uns ppp tue auf 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 geht's zu horatio in den klamotten laden tschuldigung hallo und da ist er horatio rock'n'roll zieht er mich jetzt an oder darf ich mir noch was aussuchen nehmt horatio den nudelbus ok komm mal mit vielleicht finden wir irgendwo moped das ist doch doof wenn das so weit weg ist oder ah hier sind autos na los steig ein steig ein depp beautiful all right man let me just say right up the top i apologize for anything and everything you're about to see you can i'm getting an inside look at your alter ego horatio carlin corporate code jockey why do i get the feeling this whole thing was a bad idea it's cool i'll go easy on you mhm das wird cool das wird lustig ok mit dem auto das geht auch ausnahmsweise hier mal schnell durch ups oh da ist der bus schon oder? ok das heißt wir müssen hier erst mal rein hallo ich will hier parken naja ah hier können wir sehr einfach reingehen nudel niedlich der ist ja voll süß der bus oh mir fällt grad was anders auf bus fahren verdammt das wird doch nichts da falle ich doch nur wieder auf oh gott rein mit uns ok ok hört es was? ok ist sehr schön ok ein hoch auf unserem busfahrer 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 auf zum nudel campus ich hab grün oh das ist ja heftig oh da muss ich echt aufpassen ah zum glück ist der weg nicht so weit sehr gut bus echt jetzt bleibt er so stehen ich wollte wenigstens an den rand fahren naja ja ja schön sitzen jetzt alle drin busfahrt zum nudel campus beenden das klingt eigenartig mit superfoods 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 So, ein kleines bisschen runterbremsen, hier um die Kurve fahren, niemanden treffen, perfekt! Fällt gar nicht auf, dass ich kein richtiger Busfahrer bin. Grüße gehen dabei raus an Paluten, Flixbus Fernbus Simulator. Hat mich Busfahren gelehrt! Oh, da steigen noch mehr ein. Und jetzt? Immer noch weiter? Hä? Die wollten doch grad was erzählen? Sit tight, alles gut. Erzähl ruhig weiter. Ach, geht schon. Boah, die können doch einfach mal weiter erzählen, oder? Der erzählt halt nicht weiter, ne? Dabei fahr ich ganz normal. Ich hab nicht mal einen Unfall gebaut. Chillt mal, Leute. So, was geht jetzt ab? Nudel Campus. Warum? Ja, richtig. Also, wo er recht hat, hat er recht. Innenverhalten, Zugangsschlüssel. Okay. Hey, Horatio. Hey, Horatio. Hey, Horatio. Hey, Horatio. Oh. Hey, Horatio. Oh. Okay. Ich hab das mal aufgemacht. Süß. Richtig süß die zwei. Was für eine die Urururur? Du bist hier? Ja. Ja. Gentleman. Cool. Na dann. Orangenäpfel. Hab ich noch gar nicht gehört. Wir müssen uns wieder füllen. Soll ich hier durch? Ich denke. Ja. Oh, da ist einiges verschlossen. Installiere ein Backdoor-Weinen-Nudel. So, wo setzen wir uns denn hin? Ich könnte es mal so schauen. Mal mit der Kamera rein. So. Da muss ich hin. Ah, hier sind überall... Ja. Brauche ich aber trotzdem erstmal einen Punkt, wo er allgemein rein kann. Jo, du gehst da mal weg, oder? Ja, alles chillig. Wo komme ich da mit ihm rein? Heckbares Objekt? Okay. Nee, alles gut. Ich mach hier doch nur schon mal für mich was auf. Wäre halt cool. Okay, da kann ich was aufmachen. Da geht's auf. Ah, ich brauch keinen Schock. Okay, das heißt für mich, ich kann hier wirklich mit dem Kleinen rein. Irgendwo. Geht die Tür auf? Ja! Ja. Okay. Problem ist ja, dass mich hier keiner sehen darf, unbedingt. Kann ich mich da hier... Ach nee, hier geht's noch. So wie es aussieht. Ja, hier scheint's noch zu gehen. Okay, hier können wir noch rüber, das bringt mir nix. Cool, da können wir ja da drüben doch nochmal schauen. Ja. High-Level-ID. Warum nicht? Das heißt, wir müssen hier einfach mal jemanden hacken. Der da rein kann. Okay, das war jetzt noch ein bisschen Geld. Das ist ja nix. Ich brauch... Ja, Geld ist immer gut. Strom ist auch wichtig. Ich würde halt so gerne hier irgendwas jetzt gleich machen. Irgendjemand muss da doch... mir aushelfen können. Gut, er hat ja gesagt, oder einen anderen Weg rein. Muss nur den anderen Weg finden. Wo können die Dinger hin? Der ist hier. Der ist hier oben. Hm. Aber hier ist auch nichts. In irgendeiner Art und Weise. Wo ich da was machen könnte. Verdammt! Ich kann da jetzt nicht schon wieder festhängen hier. Das geht nicht. Hm, Stromschock brauch ich nicht. Ruft da jemand Hallo? Ja. Denk mir nix. Da. Da. Das ist ein physischer Hack. Das heißt... Nö. Ah, hier draußen? Warte mal. Ja, da draußen. Da konnte man irgendwie... anscheinend... dann hier rein. Das heißt, da muss ich irgendwie erstmal hochkommen. Und dann kann ich den Kleinen da... Das ist auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite oben. Da kann ich rein. Gibt's hier irgendwas, wo... wo man mich hochfahren kann? Direkt mal schauen. Gerade nicht. Hier. Da oben. Draußen. Hm. Ah, da. Haha. Freunde. So wird es gemacht. So und nicht anders. Ich hab's gefunden. Zack. Dann fahren wir doch mal eben dorthin. Ja, kein Umfahren. Lauf einfach weiter. Lauf halt nicht den Weg lang. Lauf einfach so. Ist schon okay. Ja, ich muss trotzdem ein bisschen aufpassen. Nicht dass... Ähm. Nicht hier denn einer verdächtigt. So. Perfekt. Komm. Boom. Der liegt halt jetzt einfach hier, ne? Ja. Wunderschön. Dann setze ich mich mal... Am besten hier dahinter, oder? Ich glaube. Hier könnte ich rein. Ah, perfekt, Freunde. Perfekt. Da ist ne Kamera. Mhm. Da muss ich da rüber. Genau. So weit, so gut. Wo wird er entdeckt? Ah, da. Oh, ich dachte schon. Schön aufpassen hier. Das ist ja krass. Ist ja krass. Ist man sich hier? Ja. Ja. Komm, schnell. Schnell entsperren. Ich hab doch gehalten, um ihn zurückzurufen. Boah. Ja, egal. Jedenfalls haben wir jetzt ne Tür offen. Und das können wir das nächste Mal nutzen. Vielen, vielen Dank heute fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Hier im Spieleparadies. Mit mir ist der Maxi. Bis dahin, macht's gut. Und tschü. Bis dahin, das geht. Over here.